Tja, Bundesheiligenwassers muss ich erst einmal die vier Medusen besiegen. Und komm, dreh dich mal weiter. Nein, die im Norden bist du. Also muss er sich noch zweimal drehen. Vorsicht! Vorsicht! Achtung! Komm, dreh dich noch zweimal. Komm, dreh dich noch zweimal. Und dann ist sie angreifbar, beziehungsweise tötbar. Kämpft! Kämpft! Vorsicht! Komm, dreh dich! Komm, dreh dich! So, du hast da deine Klinge. Bereits! Und los! Mir nach! Vorwärts! Folgt mir! Schnell! Sofort! Vorsicht! Für die Freiheit! Das heißt, aus diesem Versuch, wir sie hier auszuschalten. Stopp! Ah! 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 Verteidigt euch! Vorsicht! Und ich sollte in der Stadt der Sehne auch dran denken, regelmäßig zu speichern. Kämpft! Achtung! Oh, cool. Die hören einfach auf zu existieren. So, dann machen wir mal den und den oberen kaputt. Ja, eine magische Aura geht von dem Kristall aus. Das Green in seinem Inneren erinnert euch an einen Herzschlag. Der Kristall ist sehr hart. Normale Waffen sind hier nutzlos. Nur ein anderer Kristall kann ihn berechnen. Das Erschmannschwert dazu benutzt, den Kristall zu zerschlagen. Der Kristall zerspringt in 1000 Stücke. Aber auch das Kristallschwert hält den Schlag nicht aus und zerspringt. Ja. So, das heißt, sie ist, äh, tötbar. Okay, sie ist tot. Sie hat eine Priesterruhne, die wir nicht unbedingt brauchen. Hier, sofort! Mir nach! Für die Rune! Achtung! Kämpft! Mir nach! In die Schlacht! So, das heißt, wir machen jetzt erst einmal das Monument fein, dann speichern wir. Zurück mit euch! Achtung! Vorsicht! So, und los! Wir haben das Monument, wir speichern. Hier, sofort! Zu Befehl! Unverzüglich! Das heißt, ich kann jetzt noch zwei von denen kaputt machen. Also den oberen und den da einfach mal. Gut zu wissen aber, dass die einfach drauf gehen können. Indem er einfach durchs Tor läuft. Hier, das Diamantschwert benutzen. Der ist hinüber. Da, das Diamantschwert benutzen. Die Rune wird sofort ausgeführt! Oh, Gift heilen. Zu Befehl! So, erstmal hier oben. Und los! Da den Weg bis zum Tor aufräumen. Vorwärts! Mir nach! Für die Rune! Sie sind überall! Schließt ihr ein! Zur Ehre, Aonis! Haltet durch, Männer! Schnell! Bringen wir es zu Ende! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Und ja, ich gebe zu, dass mit den Wächtern hier habe ich entweder nie wirklich gewusst oder ich habe es vergessen gehabt. Aber ich gehe mal daraus, dass ich es nie wirklich gewusst habe. Ja! Vorwärts! Schnell! Sofort! Die Rune befiehlt, wird sofort ausgeführt! Greift sie an! Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Ach ja, und mein Level abgeben. So. Jetzt sollte ich ja auch ein besseres Schild tragen können. Nämlich so eins hier. Die Rune ruft! Greift sie an! Zu Befehl! Unverzüglich! Feindlicher Angriff! Alles klar! Die Rune befiehlt! Die Rune ruft! Zu Befehl! Zu Befehl! Verstanden! So, ihr erkennt die Rune des Lebens auf dem Rand dieses Brunens. In seinem Inneren glitzert kristallklares Wasser. Die Schale der Druade mit heiligem Wasser füllen. Sobald das Wasser den Brunen verlässt, beginnt es in der unheiligen Aura der Stadt zu verdunsten. Ihr habt nur ein Gefäß mit heiligem Wasser, aber es beflüchtigt sich sehr schnell. Ihr müsst euch beeilen. Schließ die Reihen! Halte durch, Männer! Findest du mich schön? Bereits! Schließ die Reihen! Folgt mir! Bringen wir es zu Ende! Schließ die Reihen! Was wünscht die Rune? Vorsicht! Alles klar! Auf mein Zeichen! So. Halte durch, Männer! Zieht die mal auf euch. Eine große Bodenranke wächst hier an dem geschlossenen Tor. Sie hat das schwere Tor ein Spalt weit aufgedrückt. Die Ranke sieht von dort aus. Die verdorrte Ranke wird heiligem Wasser übergießen. Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Ja, Questbeobuch da aktualisiert. War das schon die Wasserquest? Verstärkt die Deckung! Die heiligen Städten. Schließt die Reihen! Verteidigt euch! Hier! Sofort! Schnell! Für die Rune! Halte durch, Männer! Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Die Rune bewegt! Zeit zu sterben! Sie sind überall! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Vorsicht! So, kämpft ihr noch weiter. Ich brech mal durch. Schließt die Reihen! Halte durch, Männer! Hier wuchs ein prächtiger Baum. Feindlicher Angriff! Verdorbene Geruch in der Luft. Furchtbare Erde dazwischen. Den Baumsamen einpflanzen. Aus dem Samen der Lebensheimen schießt ein grüner Spreisling hervor. Sofort beginnt ein neuer Baum zu wachsen. Halte durch, Männer! Der junge Baum verdrängt die Reste des Alten. Ja, ihr habt ihn ausgereinigt. Das kennen wir ja alles schon. Hier! Sofort! Schnell! Mir nach! Auf mein Kommando! Vorwärts! Vorwärts! Oh, ich hätte den Seelenfels da oben aktivieren können. Wird mir grad so auf. Äh, kann ich aber auch noch machen. Geh ich halt so rum mit meinem... Evo. So, damit wäre das erledigt. Als nächstes muss der Seelendieb weg. Mann, wir haben schon wieder so viel Krempel. 23 Seiten. Oder der Traumdieb heißt das. So, den zerschlagen wir auch noch. Dann geht's jetzt hier hin. So, das heißt, wir sind das Schwert los. So, das heißt, wir sind das Schwert los.